Mitnehmen Du willst uns also so nen Scheiß brauch ich nicht mehr, oder? Genau Ja, die bringen glaub ich selbst bei der Therapist gerade relativ viel Geld Also wenn sie mitnimmst, ist schon nice to have Das ist rüber Ich hab jetzt hier erstmal nichts gesehen Hier hab ich selbst drin gehört S***** du bl***** du bl***** du bl***** Machst du weg? Ja Raider oder was? Bin links weg, links weg Hier ist schon L-Gang Links im Gang, ja Ist schon L-Gang heute Ja Ja Vorsicht aber Da kommen jetzt nach und nach die Kannst schon mal ins Treppenhaus gehen, wenn die nacheinander weg wollen Machst du die hinten Den Tür zu bitte macht? Nein Was? Granater tut! Was? Treppenhaus Türe nicht zu Ich verbinde kurz Was? Ey was? Es gab Player Fahrst du mein Bein fürs? Wo bist du? Es war kein Player Ich bin hier hinten rechts im Büro drin, warte ich fang wieder raus Stepped Snade Frisch da, ja Snade, nade Schlecht der Rand Komm, push vor, push vor Ja ich bin auch Muss warzen, bin auch irgendwo am Sack Ich bin hier typisch, Alter, warte Wenigstens kurz splinten Vielleicht pusht er mich dann Der ist da noch Der ist da noch Der ist da noch Nochmal Nochmal Na meiner Ja Nach meiner Ohne Die Da wurm hast du ja ich klipp kurz war das der schaller ne ich glaube nicht der hat gut kassiert aber ich habe auch nicht gut getroffen sehr vorsichtig aber ich klipp kurz 60er magazin ja man sollte mal jetzt gucken dass wir hochkommen ja lass mich kurz das 60er machen dauert nicht mehr lange nur noch eine halbe stunde wo bist du 4 3 3 ins Rass Oh, ich hab draufgezustellten Hast du das gut gehabt, bergweg Jaja, berg gut hab ich, komm hoch Ja, leck Warte ruhig Holz warst du grad, gell Weiß es nicht Kann aber sein Frei Frei, sagt er Nicht eine Millisekunde hat er gefuckt Äh, doch Du musst auf die Räume checken, gell Kann sein, dass er mal ganz pissig im Echt ist Check jetzt kurz, schieß auf Check schon kurz Jaja Erstmal diesen Weipers den Scheiß Raum aufmachen Kieber Echt? Raum 303 Kiebeln Ne Krach Und ne HK Waffe Die HK Sonst irgendwas Ja, willst du die Waffe? Willst du die HK Ich glaub dir Oh Mit Magazin drin Ich kleb noch zu lang Steps vielleicht Ja Ja Bist du im Gang? Nein Spieler Ja, ist gesprungen Oje Kanade Bleib mal weg Bleib mal weg Bleib mal weg Das Ding Was weiß ich, ich hab keinen gesehen Das war nur profesorisch Aber alles einelchen Stimmt nur links im Raum Hier, blaue Laser Das können überall sein Jetzt Alter, ich bin auch da Aber ich hab Treppenhaus Treppenhaus auf jeden Fall Aber ich glaube ich hab einen getötet Ich hab die Fest geschafft Hab ich Hab ich einen mit der Granate getötet? Wahrscheinlich Ja, kann nicht sein bei der Action jetzt Wisst du, ich hab zwei getötet Aber ich weiß nicht wie Hast du alles versichert? Ja Aber wär trotzdem cool Wenn du's irgendwo Vielleicht in den Raum reinballern könntest Ich würd's Tür aufmachen Reinballern Die Hand auch Die ist saved Nein, die ist nicht die saved Die kann ich nicht nehmen Oder keine Ahnung was Und nicht die PP-Munition Wenn mein Pop ist Das ist bessere Munition PP und PS Aber PP Ja, macht die wie du willst Die PP ist ja jetzt auch nicht so ganz schlecht Die PP ist ja jetzt auch nicht so ganz schlecht Selbstgemächt oder so hab ich nicht leider Jetzt muss ich mal gucken Oder vielleicht noch mein erster Granatenkug endlich Äh, guck du dass du am besten rauskommst Dann wär's schon ne fette Runde auf jeden Fall Ja Die waren bestimmt zu zweit Ja, einen hab ich noch getötet grad Jaja Ach, da waren sie zu dritt Wenn ich schon zwei getötet hab Jetzt kann ich mal mal sparen Die Kress kann ich jetzt abgeben Die Kress kann ich jetzt abnehmen Ich glaube die Kress habe ich schon mal zwei Stück Ja Und ich hab eine Granate gehalten Für mich hat sie schon gelohnt Trotzdem ich nicht raubend bin Ja Ja, ist doch für die eine Kress Zwei Stücke Ja, ich hab vor die einen Kress Mach den Laser aus Außen läuft aber Außen ist nicht so schlimm Ammon auf den Jetzt war die Schüsse gedacht, die werden Holz-Tipps So Fate Silgers Böse Wächter fertig Oha 20.000 XP 16.000 Rubel Zwei Ordner mit Information Zwei USB-Sticks Plus Grenz-Händler-Reputation Abschließen Oh Der hat gern Vorarmor gehabt Oha Den was ich gelegt habe, oder was? Leise kurz bitte Schalt dein Vater Ach du Scheiße, was hast du hier gelegt, Alter? Ich weiß es nicht, das ist so schlimm Oha Dann lass den immer von nichts dazu Ich nehme lieber das, was du hast Gehaltes Was bist du denn da raus? Holy Fuck Aaaa Coo Aaaa 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 So, dann nochmal zwei, drei, sag, Alter. Herz. Finde ich in Sicherheit. Mach deinen Scheiß oder alles drin. Dann ist er weg von uns, Alter. 10.000 XP-Runde. Konzentrier dich aber trotzdem weiter. Dupp dich, du stehst du keine Ahnung, was du sollst. Du sollst schon gerne da sein, weil... GG, Alter. Alter, mein Puls. Alter, aber das ist halt auch das, was Talpuff ausmacht. Aber wie gesagt, mach da jetzt nicht zu lang rum. Übertreib es nicht. Ja, Alter, ich muss kurz sortieren. Gut, die Waffe schnurzt stabil. Das war schon jetzt mega gut. Das gibt eine richtigste DS-Fierunde, wenn du die überlebst. Wann auch was hat, was hast du denn du von der Hauptwaffe? Warte kurz. Ich kann dich ja bald schon wegschmeißen und eine von denen nehmen. Oh, oh, hey Marco, was geht ab? Cure Action. Alter, mein Puls, ich sag's dir. Handzitter zu krank. Oh, oh, hey Chris, was geht? Danke für deine 40 Witz. Alter, mein Puls sagt gerade auch 40 Witz, Alter. Also, du hast übel die Leute gelegt, Jörg. Ich lege jetzt meine AK hier hin und hoffe, dass die Versicherer zurückkommt. Ja, das finde ich halt da mittlerweile die schlechteste Waffe, was da in den Dorf ist. Das war auch nochmal ein Spieler. The fuck, Alter. Fuck. Ja, jetzt aber jetzt hör auf, da rumzumuten. Jetzt habt ihr noch eine Waffe, pack die rein und verpiss dich da. Warte, warte, weiter oben. Jetzt den zweiten und dritten. Alter. Ja, genau, so läuft das. Also, eine Spielerweste. Alter. Schalldämpfer abmachen. Ja, das ist scheiß Schalldämpfer. Okay, ich muss weg jetzt, Alter. Oh, die zwei AK-Max raus und die SVD-Munition mit. Bitte? Die zwei AK-Max raus und SVD-Max rein, dass du die noch verwenden kannst. Komm los. Und dann weg. Ja, jetzt weg. Killer Armor mitnehmen. Ist die krasser als die, was ich hab. Ja, nimm die mit, nimm die mit, nimm die mit. Ich glaube, ich weiß nicht, aber ich glaube, die ist krasser als die Generation 3. Und die hat auch noch gut, äh, gut Pumpe, von dem her, machst du ja keinen. Aber jetzt guck, dass du wegkommst, auf jeden Fall. Die hätten beide Ding an. Was ist das mit denen? Jetzt, Alter, hör doch auf. Jetzt, Alter, hör doch auf. Natürlich, da sind sechs bis zwölf Spieler drauf. Ich hau die AK langsam raus. Ja, nimm die AK raus und nimm die zwei fetten Heime von den Spielern. Da sind ja im Endeffekt mehr davon. Alter, da macht eine verfickte halbe Stunde rum. Alter. Du musst raus. Ich sag's dir. Ja, wenn ich sterb, sterb ich eh noch. Aber muss ja nicht sein, weil der einzelne Scheiß-Drei-Fürstunde rumloot ist. Holy cow. Wie viele Spiele waren das jetzt? Da kann ich aufhören. Ja, ich kann auch nicht aufhören, weil das Zuff, das waren Safe-Call alle Spiele auf der ganzen Map. Nein, Mann, das waren Safe-Call nicht alle Spiele auf der Map. Ach, du weißt, wie viele Doctags ich eingesammelt hab. Ja, keine zwölf. Ja, Mann, ohne Witz, Alter. Nimm das Scope mit. Ja, jetzt ist schon zu spät, Alter. Jetzt bin ich schon weg. Da war noch kranker Shit. Ich hätt noch sortieren müssen, aber... Ja, im Endeffekt hat Jörg schon recht. Ich muss irgendwann aufhören, weil sonst kommt da ein Scaf-Player vorbei und holzt mich um, Alter. Das ist halt das Problem. Das ist halt Tarkov. Jetzt loot ich noch eine halbe Stunde und geh dann down. Alter. Komm, lass mich raus. Holy fucking cow, Alter. Also, ich meine Hände zittern immer noch. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel, äh... Ich spiel das Gilt. Ich schätze mal sieben, acht Locher, wenn nicht mehr. Ah, der wär Beste gewesen. Ja, Mann, war kalt, Alter. Wär Beste gewesen, wenn du noch wenigstens nach deinem Leben wärst und auch noch die Hälfte rausschaffen könntest. 6,9. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also von der XP. Ja, wunderbar. 46, 43, 19.